guten tag und guten morgen zur neuen folge minecraft so heute wie auch die letzten mal wird es bloß eine kleine kurze schon geben so an die zehn minuten circa plus minus denn wie gesagt habe spiele ich da die musik jetzt nachträglich live ein und sonst wird es mit dem rendern eine ziemliche war du misst wie jetzt ist er da tatsächlich so noch ein kompon 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 jawohl irgendwo war da noch ein zombie am runde genau was wollte ich jetzt eigentlich sagen letztens richtig zehn minuten folgen jetzt circa nur noch immer da ich die musik jetzt live hinten dran einspiele auf meiner höchst eigenen klampfe und das gewisse probleme mit sich bringt dann beim rendern bzw parallel einspielen und sowas empfiehle ich das ganze fürs erste mal ein bisschen kürzer damit ich natürlich gewohnte qualität abliefern kann so und was steht heute auf der agenda außer bisschen hühnerschlacht zur fleischgewinnung richtig wohl erst eine kleine höhlentour meine kleine richtige höhlentour jetzt hat es gerade warum leckt es jetzt gerade wie solche ich weiß es nicht so das war es mir jetzt wert ein bisschen hühner frikassee genau jetzt ist es schon fast wieder mittag und oh sieht es sieht es wir pflanzen das feld an ich würde mich würde jetzt echt interessieren wo dieser blöde zombie hier gerade rum geistert und sein untotes leben fristet falsche maustras zum aufmachen so setzen wir jetzt hier erstmal alles komplett und da hinten ist auch schon was reif wieder dann machen wir das doch gleich mal ernte 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 lalalala denn wir brauchen Happer Happer denn wir brauchen Happer Happer denn wir brauchen Happer 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 und unser Daseinfristen werden es ist ganz praktisch wenn wir uns da nicht vom Zombie Händchen ernähren müssen sondern auch auf lecker Semmel zurückgreifen können so jetzt pflanzen wir die ganze Stoße gleich wieder nach damit da kein Leerlauf entsteht in der Feld in der zwei Felder Wirtschaft wie sie jetzt noch ist und da wir gerade drauf gehüpft sind natürlich war ja klar müssen wir es jetzt noch mal nachbearbeiten so ballöps ballöps und da ist gerade wieder ein Teil fertig geworden das ist ja wunderprächtig so dank der neuen Version oder einer der letzten neueren Versionen können wir jetzt ja einfach nur drüber latschen über die Felder da macht das nichts mehr außer wir springen drauf dann geht es hinüber und ach komm ich sehe jetzt genau ein Weizen damit wir da 3 10 Brote fertig kriegen naja was solls nein da wollte ich nicht hin ah ja da wollte ich auch hin wie viel Eisen haben wir denn jetzt eigentlich 24 1 2 3 ich gehe 8 16 24 geht sogar genau auf wunderprächtig so jetzt haben wir zwei Weizen noch und jetzt neun Brote auf der Hand ist doch wunderbar und bevor das dann durchköchelt hmmm soll man die ach das Huhnbein das lassen wir jetzt einfach noch mal drinnen bei uns jetzt schaffen wir erst noch mal ein paar Vorbereitungen den Crafting Table den nehmen wir mit Crafting Table hier so äh den Holzblock das Holz das teilen wir mal lieber weil wenn wir da unten dann hops gehen ist das dann nicht so knorke wenn wir dann noch unsere gesamten Vorräte dabei haben den Eimer Wasser nehmen wir auf jeden Fall mit Cobblestones äh nehme ich mal jetzt äh wie viel nehme ich mal da mit ja die Hälfte nehme ich mit 31 das langt einen kompletten Stack Erde werden wir auch nicht brauchen die Zäune lasse ich mal hier oh die Kohle da nehmen wir jetzt mal nur ein Viertel mit 14 Stück das langt wenn wir jetzt vorher noch mal Fackeln machen Fackeln machen so 16, 20, 32, 64, ja komm und eine Fackel haben wir über naja 5 Kohlen naja das langt fürs Erste ich denke wir werden sowieso früher oder später in der Kohle noch Höhle finden äh ja ihr wisst was ich meine in der Höhle noch Kohle finden so und die ballern wir jetzt einfach mal hierher kurz die Fackel die eine so dann haben wir jetzt einen vollen Stack Fackeln dabei Eier Keckelfruit ok Keckel wie Keckelfruit und ähm genau die Holz Pickaxe die kommt dann einfach mal irgendwo weg schade dass man die Holz Items dann nicht verheizen kann so die äh ja lassen wir sie in einen Trumplatz belegen die sind mir fürs Erste jetzt mal gewischt die halt nochmal nein komm komm jetzt komm komm so die Hoh die bleibt hier drin so was machen wir denn 14 Eisenpopeisen haben wir jetzt schon da machen wir uns jetzt gleich mal bisschen adäquateres Equipment So, 2, 2, 3, 3. Und zwar eine Pizza-K, eine Schaufel, Axt haben wir. So, und dann kommt noch ein schönes Eisenschwertchen dran, das muss sein, sonst fühle ich mich da nicht wirklich sicher. Bloß mit einem Stein, genau, ne, halt mal, Entschuldigung, so, ne Pickaxe of Stone haben wir jetzt auch noch dabei. So, und wir haben jetzt jede Menge Zeug dabei, das wir eigentlich nicht brauchen können. Noch ein Zaun, so, Eier lasse ich jetzt auch erstmal hier. Ein bisschen Eis da mal dabei, die Workbench haben wir dabei, legen wir die mal da ab. So, die Axt werden wir vermutlich in der Höhle auch nicht brauchen, lassen wir jetzt auch mal hier. Ich versuche jetzt dann allen unnützen Krams hier abzulagern, damit wir, ha, da können wir noch einen Weizen abernten. Dann haben wir nämlich, na, dann haben wir nämlich hier die ganze Schoße nämlich voll, oder volle 10 Stück haben wir dann da. Und das ist dann auch schon mal super. Ja, dann geht das nämlich auf und dann haben wir nicht so viel unnützen Krams in der Truhe rumfliegen. So, nehmen wir die mal mit. Da, ba, 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 na komm. So. Und dann machen wir, ja, eine Schaufel basteln wir uns noch, dass es mir jetzt egal ist. Halt, nein, was mache ich denn? Jo, du bist doch ein Profi. Okay, so, nehmen wir, so, kommt die gute Schaufel da oben hin. Eine weitere Pick, ja, die können wir uns unterwegs bauen. Ähm, oh, richtig. Dann holen wir uns noch ein, ah, die hebe ich mir vorerst nochmal auf. Nein. So, einmal, nam, 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 nam. So. Und dann ziehen wir uns da die Erde rein, ziehen wir uns hier die Pebbles rein und dann geht es nochmal los zur Höhlenerkundung. Denn wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Die letzte Erkundungstour, die war ja, ja, ein bisschen Creeper geprägt, möchte ich sagen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es hier reinging nochmal. Irgendwo hier, war das hier hinten? Hm, nö. Äh, ah ja, da ging's, da ging's gleich runter, da ging's runter. Hin und ab hier. Wir haben jetzt hier Gott sei Dank mal ausgeleuchtet ein bisschen. Und da war, glaube ich, noch ein Arm, den wir nicht erkundet hatten, oder? Nö. Nö, hier war's. Nö, da war auch. Hä? Wir hatten doch noch eine, eine... Ah ja, genau, hier. Nee, hier hinten. Aber da ist ziemlich nah an Zombie-Dorten. Das hört doch mein geschultes Wort. Und ne Fledermaus. So, das klingt jetzt wirklich, dass der direkt nebenan tröst. Da ist doch einer. So, das kommt jetzt schon von links. Ah, guten Tag. Ich will jetzt bloß noch, dass da ein Creeper anwackelt und los macht. So. Na komm mal her. Freundus Nasus. Oh. 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 Vielen Dank.